und hier haben wir schönen guten morgen das ist ein 32er ford modell a und hat einen 5,7 liter motor mit circa 200 ps hervorragend gut ab das ist der getunete ford a der geht mal richtig ab so und hier haben wir frankreich ein talbot das ist ein samba aus dem jahr 84 vier zylinder 1400 kubik 80 ps ein seltenes fahrzeug ganz toll vielen dank frankreich zu fahren damit konnte man an der co da syr schön frischluft atmen schönen guten morgen der ist mercedes ein 83er 380 sl und ein acht zylinder und das fahrzeug wurde auch selbst aus amerika überführt vielen dank die w107 oder r107 klasse der fisch hat es hinter sich schönen guten morgen hier haben wir einen cadillac der ist aus dem jahr 78 und hat nur acht liter hubraum acht zylinder sehr schön und für alle schandtaten bereit vom angeln über skifahren schlitten fahren surfbrett und nur etwas rostigen aber hervorragend schönen guten morgen ein cadillac das ist ein eldorado konvertibel der hat nur 8,2 liter v8 und ist aus dem jahr 74 sehr schön vielen dank auch tod in ton innenpolster und außenfahrte sehr schön auch auch